Ihr wolltet wissen, wie gut ist das That's Me Haarwachs? Kommen wir als erstes zur Verpackung. Ich finde die Verpackung von der Aufmachung her erstmal nicht schlecht. In einem schwarzen Tiegel mit der grauen Typo drauf und der weißen Typo. Aber der Tiegel an sich ist schon relativ günstig gemacht. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen leicht frischen, männlichen Geruch. Ihr könnt euch das so vorstellen wie den Duschdass-Geruch, frisch aus der Dusche. So ein Drogerie-Geruch, den sicherlich viele Leute ganz gut finden werden. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, 40% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Es wird geworben mit einem starken Halt, mit einem matten Finish. Und das Produkt soll für alle Haartypen geeignet sein. Ob das wirklich stimmt? Kommen wir zur Konsistenz. Wir haben hier eine relativ weiche, cremige und auch leicht faserige Konsistenz, die weniger an einen Haarwachs erinnert, sondern vielmehr an eine Haarpaste. Aufgrund der weichen Konsistenz geht das Auftragen relativ gut. Wenn man das Produkt in den Händen verteilt, dann wird das Produkt erstmal weiß. Wenn man das dann weiter verteilt, dann kann man das schon ganz gut rückstandslos in den Händen verteilen. Kommen wir zum Styling. Ich hatte heute Morgen das Gefühl, dass meine Haare nicht optimal liegen. Aus dem Grund habe ich meine Haare vor dem Styling einfach nochmal angefeuchtet, 1-2 Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet, eine Füllmüste dazu genommen und meine Haare dann erstmal in Richtung gefüllt. Ich habe das Wachs dann komplett vollständig in meine gesamten Haare eingearbeitet und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Produkt brauche, als ich eigentlich gedacht habe. Heißt, ich habe dann auch nochmal mit dem Produkt nachgelegt, habe dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Seiten zu ordnen und habe dann meine Haare gestylt. Vom Styling her war ich jetzt nicht zu 100% zufrieden. Ich habe halt relativ dicke, widerspenstige Haare, die tatsächlich ordentlich Halt benötigen und ordentlich Kontrolle. Das war nicht ganz ideal, aber all in all kann man mit diesem Styling ganz zufrieden sein. Meine Nachher Frisur sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt des Produktes. Der Hauptclaim des Produktes ist, wie es hier drauf steht, ein starker Halt. Das kann ich an dieser Stelle nicht bestätigen. Wir haben hier maximal einen mittleren Halt. Dementsprechend habe ich meine Haare auch anschließend noch mit Haarspray fixieren müssen. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem mattem Finish geworden. Kommen, das kann ich an dieser Stelle auch nicht zu 100% bestätigen. Ein halb mattes Finish trifft es tatsächlich an dieser Stelle doch besser. Kommen wir zum Preis und zur Auswaschbarkeit des Produktes. Die Auswaschbarkeit des Produktes ist gut. Das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall bestätigen. Und der Preis, ihr bekommt 100 Gramm von dem That's Me Haarwachs für 20 Euro. Was vom Preis her erstmal gut ist. Wenn ich mir die Performancepunkte des Haarwachs allerdings anschaue, sind wir hier nur noch okay unterwegs. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist vorwiegend für Leute geeignet, die dünne bis normale Haare haben, einen mittleren Halt haben möchten und ein halb mattes Finish wünschen. Leute mit dicken Haaren, widerspenstigen Haaren, die wirklich einen sehr, sehr guten Halt benötigen, die werden mit dem Produkt nicht happy werden. Und ob ich das Produkt weiterempfehlen kann? Naja, das Produktversprechen an sich wird meiner Meinung nach nicht eingehalten. Und in diesem Preissegment gibt es sicherlich wesentlich bessere Optionen auf dem Markt. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das That's Me Haarwachs bekommt 30 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarerstylen.